Glücklich sein Als ich fünf Jahre alt war, sagte mir meine Mutter immer, dass das Glücklichsein das Wichtigste im Leben ist. Als ich zur Schule ging, fragten sie mich, was ich sein wollte, wenn ich erwachsen war. Ich schrieb glücklich hin. Sie sagten mir, dass ich die Aufgabe nicht verstanden habe. Und ich sagte ihnen, dass sie das Leben nicht verstanden hatten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!